Wie sieht es hier mit aus? Nicht genug Teile... Nicht genug Teile... Blöd... Ich könnte doch eine Schaufel... Ich könnte doch eine Schaufel machen! Auf der Distille will ich ehrlich gesagt ein bisschen verzichten Du hast Null Brennstoff Ähm... Davon will ich noch einen machen Ein guter Mathematiker... Was bringt mir das? Mal gucken ob ich noch eine Schaufel bauen kann Wenn nicht... ja dann cool... Ja komm hier mal... Kann nicht schaden... Dann laufe ich mit Schaufel und Brecheisen durch die Gegend... Ey... So wenn du fertig bist... Kannst du noch einmal Wasser aufsetzen... Siehst du... So ist schon ein bisschen einfacher... Die beiden da unten schlafen in Ruhe... Radio habe ich schon gehört... Und mit dem Typen... Kann ich halt noch ein bisschen so... Micromanagement machen... Es gibt nichts besseres als auszuschlafen... Sehr schön... Nur mit dir kann ich jetzt nichts anfangen... Ach... Hier setz dich mal... Warte mal... Geh mal nach oben... Das ist wirklich ein schneller Läufer... So... Herstellen... Wenn ich so weitermache... Werden sie uns langsam zermürben... Ach Quatsch... Auch wenn sie so weitermachen... Das schaffen wir... Ich bin da zuversichtlich... Kollege... So... Du... Kannst dich auch setzen... Und im Endeffekt bin ich eigentlich durch... Ich könnte jetzt den Tag beenden... Es gibt nichts weiter... Keiner von denen hat Hunger... Der ist leicht krank... Der ist... Der ist Depri... Der... Bandagiert und erholt sich... Kann man auch nichts weitermachen... Cool... Na dann... Tag beenden... Nur auch für die nächste Nacht... So... Ähm... Altstadt... Ja... Das war... Das war der Ort mit dem... Wo ich die Brechstange vielleicht benutzen kann... Achten... Ne... Der... Vielleicht krank... Der schläft im Bett... Und der steht... Wache... Ähm... Oder ich gehe wieder zurück ins Reisebüro... Wo der Irre... Lebt... Ich glaube das... Eine Menge Lebensmittel sind dann noch... Ja... Mit der Schaufel werde ich das machen... So... Brechstange... Schaufel... Wohl... Mh... Nehmen wir doch ein bisschen mit... Man weiß ja nie... So... Jawohl... Zum Glück habe ich die Schaufel... Bam... So schnell geht das... Hätte ich vielleicht vormachen sollen... Das ist viel einfacher mit einer Schaufel... Oha... Mach keinen Unsinn... Verschwinde einfach... Ich werde aber nichts sagen... Oh nein... Sie hören zu... Scht... Okay... Mal sehen... Mal sehen... Okay... Komm bitte wenigstens ein bisschen essen... Ja... Nehme ich einfach... Was es gibt... Das nehme ich mit... Nichts... Alles nehmen... Da ist noch was... Ich mach mal kurz die Tür zu... Alles nehmen... Ich kann während eines Kampfes nicht plündern... Okay... Ah... Ich verstehe... Oh... Schlagert die Chance... In enormen Schüsse oder Stiche... Einer Klinge... Zu überleben... Cool... Her damit... Munition brauche ich nicht wirklich... Oder schädigte Pistole... Okay... Na... Na... Ehrlich gesagt... Schusswaffen... Sind mir erstmal noch relativ... Latte Ping... Da könnte ich jetzt... Oder war ich ja schon... Was ich will... Ist Essen... Da ist ein Kühlschrank... Da muss ich hin... Den kann ich mitnehmen... Den kann ich mitnehmen... Zwei mal Holz noch... Da... Gut... Da... Klau... Klau... Aber sofort klauen... Ja... Essen... Oh... So viel Essen... Vier Stück davon... Ach... Scheiß... Auf Tabak... Nehmen wir das mit... So... Wunderprächtig... Wunderschön... Wunderschön... Das sieht... Oh... Das macht mich wieder glücklich... Schauen wir was wir hier haben... Kräuter Medizin... Ja... Nein... Okay... Oh... Warte... Jetzt habe ich ja eigentlich noch genug... Komm hier... Teddy belasse ich auch hier... Oh... 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 Aktuelle Körperpanzerung... Oh... Nice... Ne... Sonst nichts weiter interessantes dabei... Was hat da vor... Hoffentlich nichts gefährliches... Mal gucken... Hier muss doch was richtig... Richtig Gutes drin sein... Wenn zweimal abgeschlossen ist... So... Dann... Loot mal... Haben wir hier... Pistolenpatronen... Beschädigte Weste... Schmuck... Ganz ehrlich... Besser einmal Schmuck da haben... Als gar nicht... Ja... Und das... Ja... Ich glaube ich werde nichts großartiges mehr finden... Was ich noch mitnehmen kann... Das ist alles... Alles noch Materialien... Hier auch... So... Nö... Im Endeffekt kann ich eigentlich sagen... Hier zurück... Also... Ich habe nichts mehr... Ich bin voll beladen... Der Krieg ist Teil eines größeren Plans... Aber... Erzählen... Sie das nicht weiter... Ich bin mir sicher... Da gäbe es noch irgendwas zu fressen... Habe ich nicht sogar was da gelassen? Weiß ich nicht... Ähm... Ich denke mal... Die Konser... Tag 11... Ausbruch von Kriminalität... WET? Ich habe sehr viele nette Dinge gefunden... Was für eine Nacht... So... Die sind hungrig... Also... Werden wir... Hier... Bruno einmal kochen... Bitte... Der Brot... Muss einmal... So... Du kannst essen gehen... Was machen wir mit dir jetzt? Du bist hungrig... Auf jeden Fall... So... Du machst... Das da... Du bist fertig... Du kannst schlafen gehen... Du kannst einmal... Lauschen... Was es noch Neues gibt... Irgendwas mit Ausbruch von... Ein Morgen ohne Kaffee ist für viele undenkbar... Es ist nahezu unmöglich... In Hororan an Kaffee her zu kommen... Der Preis ist in die Höhe geschossen... Und nur die Spekulanten erzielen ein Covid... Tja... So... Einmal essen... Du auch essen hier... Guck mal... Ich muss ja schon mal hochgehen... So... Essen... Du kannst... Unterwegs nach unten einmal... Die Wasserzeug da... Einmal hier Filter... Erstellen... Danke... Wann habe ich das letzte Mal geraucht... Das ist scheißegal... Du wirst jetzt Nichtraucher... Konsequenter Nichtraucher... Hörste... So... Und kannst jetzt schlafen gehen... Du... Bist happy soweit... Fände ich gut... Traurig müde... Traurig müde... Ja gut... Das war passiert... Ja... Jeder ist mal traurig im Leben... So... Aber es ist zumindest jetzt keiner verletzt oder so... Das finde ich doch mal gut... Ja... Was machen wir jetzt mit dir... Oh... Ein Händler... So... Was hat er uns anzubieten... Schauen Sie... Was ich mitgebracht habe... Ja... Zeig mal her... Ausrüstung... Die Beste habe ich nicht mitgenommen... Verbrauchsgüter... Ja... 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 Also... Ehrlich gesagt... Das ist somit das einzige was mich interessiert gerade... Weil ich hoffe dadurch was Gutes bauen zu können... Komm hier... Das reicht nicht... Willst du mich verarschen? Drei Stecks... Kann ich ihm noch was anbieten... Irgendwas was ich vielleicht nicht brauche... Eigentlich brauche ich alles... Kräuter... Kräuter behalte ich auch... Messer behalte ich... Oh... Handeln wir einmal... So... Danke... Kannst dich verpissen... So... Dann... Da gab es nichts... Boah... Effizienter Essen machen... War eigentlich schon nicht schlecht... War eigentlich schon nicht schlecht... Ja... Komm... Effizienter Essen machen... Kann nicht schaden... Ich bin dann gespannt wie effizient es sein wird... Ich bin dann gespannt wie effizient es sein wird... So... So... Das ist jetzt auch voll... Einmal weniger Wasser... Hier ist einmal weniger Wasser glaube ich... Zweimal weniger Wasser... Einmal weniger Wasser... Und... Einmal weniger Brennstoff... Aber hier sehe ich ehrlich gesagt... Keine Unterschiede... Vielleicht... Das ist... Das ist... Einmal weniger Wasser... Und... Ja... Ich habe die Befürchtung... Dass bald ein Winter... Äh... Der Winter kommt... Waffe habe ich ja... Die beiden habe ich auch... Die Triche brauche ich erstmal nicht... Ähm... Ja... Ja... Dann erstmal... Also... Erste Idee wäre dann... Heizkörper... Das heißt... Ich brauche Teile beim nächsten Mal... Okay... Du... Könnte ich auch hinsetzen... Eigentlich bin ich... Soweit durch... Ja... Können wir Tag beenden wieder mal... So... Die Nacht... Hier ist nichts Neues dazugekommen... Mal... Wo wollte ich nochmal hin... Essen habe ich ja glaube ich... Noch genug... Ähm... Da gab es ja eigentlich noch... Verflucht viel zu holen... Aber ich gehe hier hin... Etwas Lebensmittel... Ich glaube ich gehe hier hin... Ähm... Der kann schlafen... Der geht plündern... Und der schiebt Wache... Vielleicht mache ich das so rum... Wache... Steh... Im Bett schlafen... Vorbereiten... Vorbereiten... Ich kriege das mit... Ja... Findern... Da sieht es jetzt nicht so aus als... Es war doch... Das Gebäude das sich nicht... Ja... Es war es... Da... Ich hatte mir noch mal... Es war... Ich hatte es...